Die stärkste Ware für eure Investoren, beziehungsweise generell für eure Einwohner, die euch die meisten Einwohner bringt, sind nicht die Dampfwegen, es ist nicht der Kaffee, es ist nicht die Schokolade, sondern es ist eine Ware, an die man vielleicht gar nicht erstmal denkt. Und zwar ist das die Post, besser gesagt die überregionale, die regionale und die lokale Post. Die bringen euch zusammen über 200 Einwohner pro Stufe 5-Eugend-Kratzer der Investoren mit perfektem Panorama und auch über 2000 Münzen Bilanz, für die ohne Panorama natürlich ein bisschen weniger. Aber trotzdem jede, jede Menge und auf so einer großen Insel gesehen bestimmt 100.000 bis 150.000 Einwohner nur mit Post, ohne dass ihr irgendwelche Waren produzieren müsst. Super easy, super nice und wie ihr die überregionale Post und auch alle als andere aus der alten Welt, beziehungsweise der neuen Welt für die alte Welt und der Arktis zusammenkratzt, wie ihr das Ganze verschifft, wie ihr das produziert, welche Fehler ihr vermeiden müsst, zeige ich euch ab diesem Sonntag in meinem kompletten Postguide auf meinem YouTube-Channel. Schaut gerne vorbei, ich freue mich auf euch.